Die Märchen von Biedel dem Baden von Joan K. Rowling Ein Klassiker aus der Zaubererwelt von Harry Potter Einleitung Die Märchen von Biedel dem Baden sind eine Sammlung von Geschichten, die für junge Zauberer und Hexen geschrieben wurden. Sie werden seit Jahrhunderten gerne zur Schlafenszeit vorgelesen, weshalb der hüpfende Topf und der Brunnen des wahren Glücks vielen Hogwarts-Schülern genauso vertraut sind wie Aschenputtel und Dornröschen, den nichtmagischen Muggelkindern. Biedels Geschichten ähneln unseren Märchen in vieler Hinsicht, so wird Tugend meistens belohnt und Bosheit bestraft. Allerdings gibt es einen ganz deutlichen Unterschied. In den Muggelmärchen ist Zauberei oft die Ursache für die Leiden des Helden oder der Heldin. Die böse Hexe hat den Apfel vergiftet, die Prinzessin in einen hundertjährigen Schlaf versetzt oder den Prinzen in ein scheußliches Tier verwandelt. In den Märchen von Biedel dem Baden dagegen treffen wir auf Helden und Heldinnen, die selbst zaubern können und denen es dennoch ebenso schwerfällt wie uns, ihre Probleme zu lösen. Biedels Geschichten haben Generationen von Eltern in der magischen Welt geholfen, ihren Kleinkindern diese schmerzliche Lebenstatsache zu erklären. Magie verursacht genauso viele Schwierigkeiten, wie sie beseitigt. Ein anderer bemerkenswerter Unterschied zwischen diesen und den entsprechenden Muggelmärchen besteht darin, dass Biedels Hexen viel tatkräftiger ihr Glück suchen als unsere Märchenheldinnen. Asha, Altheda, Amata und Bebity Rebity sind allesamt Hexen, die ihr Schicksal lieber selbst in die Hand nehmen, als ein ausgedehntes Nickerchen zu machen oder darauf zu warten, dass ihnen irgendjemand einen verlorenen Schuh zurückbringt. Die Ausnahme von dieser Regel, die namenlose junge Frau aus des Hexers Haariges Herz. Sie verhält sich schon eher so, wie wir uns eine Märchenprinzessin vorstellen. Doch am Ende ihrer Geschichte steht kein Glückliches und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Biedel der Barde lebte im 15. Jahrhundert und sein Leben ist nach wie vor weitgehend von Geheimnissen umwittert. Wir wissen, dass er in Yorkshire geboren wurde und der einzige noch erhalten gebliebene Holzschnitt zeigt, dass er einen ausgewöhnlich üppigen Bart trug. Wenn seine Geschichten genau seine Ansichten widerspiegeln, muss er durchaus Zuneigung für Muggel empfunden haben, die er nicht für boshaft, sondern eher für ungebildet hielt. Und er glaubte, dass die schlimmsten Exzesse der Zaubererschaft allzu menschlichen Charakterzügen entsprangen, der Grausamkeit, der Gleichgültigkeit oder dem Missbrauch ihrer Talente aus Überheblichkeit. Die Helden und Heldinnen, die in seinen Geschichten den Sieg davon tragen, sind nicht die mit den stärksten magischen Kräften, sondern eher diejenigen, die besonders viel Güte, gesunden Menschenverstand und Einfallsreichtum an den Tag legen. Ein Zauberer unserer Zeit mit ganz ähnlichen Auffassungen war natürlich Professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Orden des Merlin erster Klasse, Leiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, ganz hohes Tier der Internationalen Zauberervereinigung und Großmeister des Zauberer-Gamotts. Trotz dieser ähnlichen Weltansicht war es eine Überraschung, als man unter den zahlreichen Schriftstücken, die Dumbledore im Archiv von Hogwarts hinterließ, eine Reihe von Anmerkungen zu den Märchen von Biedel dem Baden entdeckte. Ob er diese Kommentare zu seinem eigenen Vergnügen geschrieben hat oder im Hinblick auf eine künftige Veröffentlichung, werden wir nie erfahren. Doch Professor Minerva McGonagall, die derzeitige Schulleiterin von Hogwarts, hat uns freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, Professor Dumbledore's Anmerkungen hier abzudrucken, neben einer brandneuen Übersetzung der Märchen von Hermine Granger. Wir hoffen, dass Professor Dumbledore's Erkenntnisse die Beobachtungen zur Geschichte der Zauberei, persönliche Erinnerungen und erhellende Ausführungen zu den wesentlichen Elementen jeder einzelnen Geschichte enthalten. Einer neuen Leser-Generation aus der magischen wie aus der Muggelwelt helfen werden, die Märchen von Biedel dem Baden angemessen zu würdigen. Alle, die ihn persönlich kannten, sind überzeugt davon, dass Professor Dumbledore dieses Projekt begeistert unterstützt hätte, in Anbetracht der Tatsache, dass sämtliche Honorare der Children's High Level Group gespendet werden sollen, einer Wohltätigkeitsorganisation für Kinder, die dringend eine Stimme brauchen. Eine kleine zusätzliche Erläuterung zu Professor Dumbledores Anmerkungen scheint durchaus angebracht. Soweit wir wissen, wurden die Anmerkungen etwa anderthalb Jahre vor den tragischen Ereignissen oben auf dem Astronomie-Turm von Hogwarts fertiggestellt. Wer mit der Geschichte des jüngsten Zaubererkrieges vertraut ist, zum Beispiel jeder, der alle sieben Bände über das Leben von Harry Potter gelesen hat, wird merken, dass Professor Dumbledore etwas weniger verrät, als er über die letzte Geschichte in diesem Buch weiß oder vermutet. Der Grund für ein mögliches Versäumnis liegt vielleicht in dem, was Dumbledore vor vielen Jahren zu seinem liebsten und berühmtesten Schüler über die Wahrheit gesagt hat. Sie ist etwas Schönes und Schreckliches und sollte daher mit großer Umsicht behandelt werden. Ob wir ihm zustimmen oder nicht, vielleicht können wir Professor Dumbledore verzeihen, dass er künftige Leser vor den Versuchungen schützen wollte, denen er selbst zum Opfer fiel und für die er einen so schrecklichen Preis bezahlt hat. Joan K. Rowling, 2008 Eine Anmerkung zu den Fußnoten Professor Dumbledore schrieb offensichtlich für ein Zaubererpublikum. Deshalb habe ich hin und wieder eine Erläuterung zu einem Wort oder einer Tatsache hinzugefügt, die für Mugelleser möglicherweise erklärungsbedürftig sind. Joan K. Rowling Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's zählt, eine und väldigt Annette Vielen Dank.